Immer mehr Möglichkeiten in immer kürzerer Zeit. News auf allen Kanälen. Ein Interesse? Tausend Treffer. Doch was ist wirklich wichtig? Was kann ich glauben? Was sind all diese Informationen wert? Je mehr es davon gibt, desto mehr wächst auch der Wunsch nach Orientierung. Nach glaubwürdigen Artikeln aus erster Hand. Ausgewählten Themen, die wirklich interessieren, egal wo sie stehen. Und nach einer Berichterstattung, die alle Seiten betrachtet. Das ist es, was meine Zeitung stark und einzigartig macht. Weil jedes Wort Hand und Fuß hat. Mich mitreden lässt. Meinen Blick erweitert. Uns verbindet. Weil jedes Wort das Wichtigste aus Tausenden ist. Deswegen ist meine Zeitung jedes Wort wert. wird auch alles gut gefحتet, oder? Wichtigste aus Tausenden ist ja nicht bewertet eich. Ich bin herzlich heute.